Hallo, hier spricht Christchandra. Dies ist eine Meditation, die sich Bodyscan nennt. Ich werde sie mit meinen Klangschalen begleiten. In dieser Körpermeditation ist nichts zu tun, außer sich hinzulegen, sich zu entspannen und deinen Geist so wach wie möglich zu halten. Spüre das Gewicht deines Körpers auf der Unterlage. Nimm wahr, an welchen Stellen dein Körper auf der Unterlage aufliegt. Atme ruhig und gleichmässig. Mit jedem Einatmen und Ausatmen lockere deinen Körper und lass ihn mehr und mehr in die Unterlage einsenken. Spüre deinen Atem. Konzentriere dich auf ihn. Spüre ich meinen Atem, wie er ein- und ausströmt und wie sich meine Bauchdecke hebt und ganz sanft wieder senkt. Spüre ich den Atem, der aus den Nasenlöchern strömt. Ist er kühl oder ist er wärmer? Nun bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem linken Zehen. Nimm alle Empfindungen wahr, die du in deinem Zehen fühlst. Ein Kribbeln, ein Pochen, ein Ziehen. Ist er warm oder ist er kalt? Spürst du die Berührung mit dem Stoff? Dann gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu allen anderen Zehen des linken Fußes. Nimm sie wahr und ebenso die Zwischenräume. Gehe zu deiner Fußsohle. Zu deinem Fersen. Spürst du den Druck deines Fersens auf die Auflage? Spürst du deinen Rist und deinen Knöchel. Nimm deinen ganzen Fuß wahr. Gehe wieder zu deiner Atmung. Wo fängt sie an, das Einatmen? Wo hört sie auf? Gibt es da einen Punkt zwischen Ein- und Ausatmen? Kann ich denn spüren? Wie lange ist denn die Zeit des Einatmens und des Ausatmens? Wie die Luft aus der Nase fließt? Gehe zu deinem Fersen zurück. Folge ihn nach oben zu deiner Wade. Wie fühlt sie sich an? Zu deinem Schienbein? Zu deinem Unterschenkel? Dein Oberschenkel? Das ganze Bein. Nimm es wahr, wie es da liegt. Vergiss deine Atmen nicht, gezielt in diesen Körperteil fließen zu lassen. Spür nochmals dein ganzes Bein. Gehe zu deinem Rechtenbein. Zu deinem Fuß. Zu deinen Zehen. Zu deinen Fersen. Zu deinem Rist. Zu deinen Knochen. Spürst du die Unterschiede zwischen dem rechten Bein und dem linken Bein? Oder gibt es gar keinen? Auch im rechten Bein spüre ich meine Wade noch. Meinem Schienbein. Meinem Unterschenkel und meinem Oberschenkel. Kann ich sogar den Knochen wahrnehmen in meinem Bein. Das Knie. Die Kniescheibe. Das ganze Knie. Beide Knien wahrnehmen. Die ganze Umgebung deiner beiden Knies. Dann konzentriere dich auf dein Becken und deine Hüften. Atme bewusst in diese Bereiche. Und stell dir vor, wie sich sie mit Sauerstoff füllen. Wie fühlt sich dein Becken an? Dein Gesäß? Spürst du den Druck deines Gesäßes auf der Unterfläche? Deine Beckenknochen? Deine Hüften? Und dein Atem fließt ein und aus. Bring ihn auch in dein Becken. In deine Geschlechtsteile. Nimm sie wahr. Spürst du den Stoff deiner Hosen, deinem Ruck, deiner Kleidung? Als nächstes lenkst du deine Aufmerksamkeit auf deinen unteren Rücken. Versuche die Empfindungen in deinem Rücken Wirbel für Wirbel Bord zu nehmen. Steige deine Wirbelsäule hoch. Versuche deine Organe im Bauch wahrzunehmen. Spürst du irgendwo eine stärkere Empfindung? Ein Kribbeln? Nun bringe deine Atmung gezielt auch dorthin. In deinen Bauch, zu deinen Organen. Arbeite dein Darm, dein Magen. Nun wanderst du mit deiner Aufmerksamkeit weiter am Körper nach oben, zu deinem oberen Rücken und zu deiner Brust. Spüre, wie dein Brustkorb mit deiner Atmung sich hebt und senkt. Spüre deinen Herzschlag. Wie ist der Rhythmus deines Herzens? Spüre diesen wunderbaren Schlag noch ein bisschen nach. Nun bringe deine Aufmerksamkeit zu deinen beiden Armen, zu deinen Fingerspitzen. Sind sie warm? Sind sie kühl? Zwischenräume zwischen deinen Fingern. Deine Handflächen. Nimm sie wahr, wie sie so da liegen. Und auch deinen Handrücken, deine Unterarmen, deine Ellbogen und deine Oberarmen. Spürst du deine Muskeln oder ebenfalls auch die Knochen deinen Armen. Richte deine Aufmerksamkeit als nächstes auf deine Schultern, deinen Nacken und deinen Hals. Sind sie angespannt? Sind sie entspannt? Spüre diesen nach. Bringe auch hier deine Atmung hinein. Nimm jetzt alle Empfindungen in dein Gesicht, dein Kiefer wahr. Ist dein Kiefer angespannt oder ist er locker? Spüre dein Kinn, deine Lippen und deine Zähne, den ganzen Innenraum deines Mundes, die Zunge, wie sie so da liegt, deinen Gaumen und eben wie die Zähne. Was spürst du in der Nase? Die Luft, die ein- und ausströmt. Verändert sich die Temperatur? Wir wandern zu deinen Augen. Spürst du deine Augäpfel, den Innenraum deiner Augen? die Augen braun, deine Schläfen, deine Ohren? Hörst du mit beiden Ohren gleich? Hört eines anders? Spüre deine Stirn, mies die Temperatur Deine Stirn. Wundere ganz nach oben bis am höchsten Punkt deines Körpers, nämlich den Scheitelpunkt. Wie fühlt sich dein Scheitelpunkt an? Gibt es da ein Kribbeln oder du fühlst gar nichts? Das ist auch okay. weh. Nun spüre in deinen ganzen Körper nochmals hinein. Fühle, wie dein Atem durch deinen ganzen Körper zieht. Von unten nach oben und von oben wieder nach unten. Nimm deinen ganzen Körper wahr und fülle ihn auf mit Liebe. Genieße diesen Moment in Ruhe. und wenn du bereit bist bewege ganz sanft deine Hände deine Füße und strecke dich. Als nächstes kannst du deine Augen sanft wieder öffnen und sei dankbar für diesen schönen Moment. Schön hast du dir die Zeit genommen diese Meditation zu machen. Ich hoffe du konntest Neues entdecken und deinen Geist so wach wie möglich halten. Bis bald Namaste 3 4 5 5 6 Untertitelung des ZDF, 2020